Deutschland braucht mehr Unternehmen wie die Bayern Innovativ Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer. Mein herzlichen Glückwunsch zum TopJob Award 2021. Ihr Unternehmen zählt zu den besten Arbeitgebern im deutschen Mittelstand, erwiesenermaßen. Sie können sehr stolz sein auf das, was sie geschaffen haben. Nur mit einer starken Kultur wie der ihren können sie den Wandel meistern und die Innovationskraft erbringen, die ihnen heute abverlangt wird. TopJob ist vor allem auch ein Programm, um als Arbeitgeber ständig besser zu werden. Das macht die Auszeichnung auch so stark. Und zusammen mit unserem unabhängigen Partner der Universität St. Gallen analysieren wir seit 20 Jahren wissenschaftlich fundiert Arbeitgeber in Deutschland. Wir analysieren sechs Faktoren, die sowohl für Mitarbeitende attraktiv sind, als auch die Unternehmen selbst leistungsstark und zukunftsfähig machen. Wenn sie mit den Ergebnissen der Analyse arbeiten, können Unternehmen ihre Kultur festlegen und ihre Leistungsfähigkeit weiter steigern. Unsere Mission, die Wirtschaftswelt und die Arbeitswelt immer ein Stückchen besser zu machen. Toll, dass so viele wunderbare Unternehmen bereits an unserer Seite sind. Die Bayern Innovativgesellschaft für Innovation und Wissenstransfer hat uns ganz besonders im Punkt Kultur und Kommunikation überzeugt. Hier geht es um eine bemerkenswerte Unterstützungs- und Vertrauenskultur. Die Menschen identifizieren sich zum einen sehr stark mit den Produkten und Dienstleistungen und zum anderen sehr stark mit dem Unternehmen selbst. Das schafft eine sehr starke Bindung und ist gleichzeitig die Voraussetzung für eine besondere Zusammenarbeit, auch teamübergreifend. Arbeitgeber erster Wahl zu sein, ist eine strategische Entscheidung, wenn Unternehmen auch langfristig erfolgreich sein wollen. Durch die fundierte Analyse von TopJob, die Strahlkraft des Awards, wird Arbeitgeberattraktivität auch weiter Schule machen. Denn gute Arbeitgeber machen unsere Wirtschaft stark. Mein herzlichen Glückwunsch zum TopJob Award 2021.